Servus, Willkommen zu einer neuen Folge der I2 vom Bau. Zusammen mit dem Berlin Place Game zocken mit dem Bausimulator. Und der Chef hat gesagt, fahr mal zum Kohstoffhansel und wir haben einen Cluster startet. Ich bin schon auf der Baustelle, ich mache hier schon was weg hier. Nicht schön, aber hehehe. Wo ist der eigentlich die neue Drohne aufgefallen? Drohne? Ja, Drohne so zehn, acht Meter hinter dem LKW, vollen Rund und Rund. Du siehst, was hinter dir ist, was neben dir ist. So. Ich glaube, so was habe ich auch. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir erstmal diesen Auftrag machen, dass wir an Schotter kommen. Ja, Schotter, Kohle, Kies. Schotter, Kohle, Kies. Schotter, Kohle gibt es nicht. Es gibt nur Kies, Sand und mehr. Was meinst du Geld? Geld, Asche. Pinnunsen. 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 Ah, dass du deine Schulden bei mir zurückzahlen kannst, ja? Ja, ja, das auch. Ja, wobei, ich glaube, du kannst das Geld behalten und gibst mir dafür Firmenanteile. Wie viel, Moment, wie viel hattest du mir jetzt überwiesen als 60.000? Ja. Warum haben wir jetzt, ach so, wir haben ja, ja, ich vergaß, wir haben ja einen Auftrag, aber ich wollte gerade sagen, warum haben wir jetzt 87.000? Ja, manchmal 25% für Männernteile. Ja, ja, kann man auch machen. So, quasi als Firmeneinlage. Nö, als stiller Teilhabe. Also, das heißt, wenn wir jetzt, also jetzt kann man ja vom Tier reden, weil ja, die sind ja Teilhabe der Firma. Ja. Wenn wir einen Auftrag abschließen, bekomme ich automatisch, äh, was mehr Geld. Wohl, wie, wir kriegen mehr Geld? Ich kriege mehr Geld für jeden Auftrag im Abschluss. Ah. Du die im normalen monatlichen Gehalt, bis du mir sowieso bezahlen musst, obwohl ich bis heute nichts gesehen habe. Dann komme ich vom Auftraggeber quasi gleich noch. Das ist der Mann, Mann. Ernsthaft? Ja. Wo steht das? Wir haben klein gedruckt. Aha. 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 Ich glaube, das nächste, wenn wir so einen richtig großen Auftrag mal an Land ziehen, dann sollten wir uns einen Baukran kaufen, oder? Ja, aber gleich einen gescheiten Baukran. Ja, den, den ganz großen da. Was kostet der überhaupt? Ich weiß gar nicht. Jetzt hast du mir abgelehnt. Warum? Jetzt habe ich mir eine Beule wegen dir eingefangen. Ja, wenn du herkommst, ich puste ein bisschen, dann ist wieder gut. Ja, der LKW hat eine Beule. Ach so, der LKW. Ich hoffe, das war nicht unser LKW. Natürlich. Die britischen LKW. Ich fahr jetzt gleich mal zum SmartPay. Was? Das war aber teure gleiche Beule. Was haben die gekostet? Oder halb? Hä? Wo? Ein halb? Boah. Wer hat denn das gemacht? Der Papst persönlich, oder? Nee, der Meister. Ohi, 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 ohi. Wir wissen auch, wo sie Geld herkriegen. Ja. Und die LKW-Fahrer, den ich fahren können. Also sogar du und ich. Was soll ich jetzt kaufen? Was war das? Ich glaube... Ja, ich glaube... Kies brauchen wir, glaube ich, auch, oder? Da hast du was erzählt gehabt. Guck mal rein in den Auftrag. Der liegt ja im britischen Wagen. Ich würde sagen, jetzt kommen die ersten 88.000. Ohhhh, glaub ich nicht. Weil wir einmal Luftdruck flüben unter 33 Tacken? Ihr seid's doch echt mit Vorsprung. So. Ach, jetzt weiß ich, was ich brauche. Ein Schüttguttransportfack und zwei Paletten Pflastersteine. Genau, die brauchen wir jetzt hier. Ja, das macht die Susi. Das macht die Susi doch gleich fertig. Brauchen wir denn... Warte mal. Das wird da einfach hingeladen. Aber hier brauchen wir keinen Kran, oder? Jetzt brauchen wir genau zwei Paletten Pflasterschein und einmal Schüttgut. Habe ich. Hat man die Susi gleich auf dem Ekeweg gehabt? Ja, das ist cool. Träumchen ist doch das. Warte mal was. Jetzt guck mal eben, was wir dafür kriegen, wenn du das Zeug hier ablädst. Materiallieferung wäre das, ne? Da gibt's nochmal 8.500 für. Nur, dass du das Zeug hier hincast. Schau mal Google Maps, weil ich weiß nicht, wo wir hin müssen. So, Kies-Lieferung. Lieferung, liefere und verteile Kies, okay? Und Kies-Verdichtung. Wo ist denn jetzt unser Kies-Laster? Äh, meinst du unseren Muldenkipper? Ja. Ja. Schau mal beim, beim Händler. Auf dem Hof. Ich glaub, der war zur Inspektion da. Da kann ich doch eben runterlaufen, ne? Der ist doch gar nicht so weit weg von hier. Ja. Also der Händler hat auf jeden Fall einen LQW draußen stehen. Der schaut aus wie uns oder so von Weitem her. Und unsere war doch, glaub ich, bei der Inspektion oder hast du eine neue Reifen drauf gemacht? Eigentlich sowas. Ja, irgendwie sowas. Ähm. Da ist die Baustelle. Das müsste doch klappen, wenn ich jetzt einfach hier so rundherum laufe hier. Der Mödel und sein Orientierungssinn ist gleich null. Äh, ich laufe durch den Wald. Oh, ey. Gott sei Dank bist du GPS getrackt, dass ich ja weiß, wo du bist. Ich laufe durch den Wald. Da wird man gar nicht kalt. Äh, mir wird höchstens schlecht. Oh. Wie, das ist aber sportlich. Hey. Aber wenn ich mir die Straße hier so anschaue, die hat aber ordentlich gelitten oder hat's geregnet? Welche? Äh, die Straße hier. Du weißt doch nicht, wo du bist, Mann. Voll verschmiert und Schlaglöcher drinnen. Ja. Wie willst du das? So. Hast du mit dem Bereich markiert, wo ich das Zeug abladen soll? Das ist, äh, ja, da habe ich so blaue Teile hingemacht. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ah, ja, ich sehe es. Und guck mal, wir haben schon wieder Geld. Hast du hier gesehen? Ja, ja, ein bisschen Geld haben wir. Ja. Ja. Wir hatten unter 100.000. Jetzt haben wir wieder... Ist doch nichts... So, und hier... Ah, ja, ja, da steht unser... Aha. Sehr cool, unser LKW. So. Jetzt muss ich zum Kieswerk, wa? Wo ist das denn? Welches ist denn jetzt näher dran? Das hier. Genau, da fahre ich jetzt hin. Oh, ist dunkel geworden. Leck, komio. Ja, voll, ne? Übelst besotte. Ach. Ich bin mal getastet. So, ich fahre jetzt zum Kieswerk. Die Citronentechnik ist echt vom Allerfeinsten. Ja, das ist cool. Da sieht man mehr, als wenn der direkt... Äh, also außer andere Autos, die sehe ich trotzdem nicht. So, ich fahre hier auf der verkehrten Seite an der Ampel vorbei. Ey, das kriegt die mit. Mist. Also bei Rot rüberfahren ist nicht mehr auf der anderen Weg der Straßenseite. Ich weiß ja nicht, was du dann im Verkehrt magst, weil ich bin auch über Rot gefahren und bei mir ist nichts passiert. Stehmat. Oh, da, 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 damm. Da muss ich mal abwiegen. Wie sie haben kein Kies, fahre ich woanders hin, auch gut. Guck mal, beim Sägewerk hatten die kein Kies. Ja, das ist das Sägewerk. Ich fahr jetzt woanders hin. Sägewerk gleich Holz, musst du merken. Aber immerhin wissen wir jetzt wo ein Sägewerk ist. Du weißt wo das Sägewerk ist. Ich habe das im Tablet eingetragen. Ah, du hast das auf den Maps markiert also. Ja, ich bin ja, ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen. Ich bin manchmal nicht so sicher. So. Ja, ich verliere dann schon mal Plastisch. Wo ist denn dieses blöde Kieswerk, Mann? Wie weit muss man sagen? Ich habe gedacht, das wäre näher dran. Da so kurz raus auf der Karte. Ich fahre jetzt die Plastersteine und dann ist Feierabend. Ja. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Kieswerk. Ist schon fertig mit den Pflastersteinen? Äh, nein. Kann ich jetzt gerade mal haben? Geduldig. Ja, jetzt bin ich fertig. So. 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 4208. Okay. Jetzt kannst du mit deinem Kies ankutschen. Ja, ich bin noch nicht mal am Kieswerk. Warum ist das so ewig weit weg? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade am überlegen, wie viel Kies werden wir denn brauchen? Ja, Minimum drei LKWs. Wie wäre es denn, wenn du noch einen LKW mietest? Also. Jetzt morgen. Und wir fahren dann mit zwei LKW. Der Abend ist näher fast. Kann ich dann schon mal reinkippen und du bist dann mit dem anderen dann unterwegs. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Genau. Das machen wir morgen. Heute mal. Genau. Und ja, für alle anderen natürlich beim Intoxic reingucken. Intoxic zockt. Und beim Berlin-Place-Game vorbeischauen. Genau. Däumchen dalassen. Kommentar dalassen. Da freut er sich immer. Genau. Vor allen Dingen. Ganz, ganz wichtig. Ich muss euch da jetzt mal beeinflussen. Überweist mir all euer Geld. Gut. Das klappt jetzt auch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschau.